Soeben hat Apple iOS 16 Beta 6 für Entwickler veröffentlicht und langsam geht es in die finale Phase, bis dann iOS 16 offiziell Mitte, Ende September für alle Nutzer veröffentlicht wird und im heutigen Video schauen wir uns einmal alle Neuerungen und Änderungen in der 6. Beta etwas genauer an. Sollten dich Videos zu neuen iOS Beta Versionen interessieren und du möchtest in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen, dann lass jetzt gerne ein Abo da und wir schauen uns direkt nach dem Intro einmal iOS 16 Beta 6 etwas genauer an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Mit der 5. Beta von iOS 16 hat Apple den Akkustand im Prozent wieder in die Statusball gebracht für Geräte mit einer Notch, allerdings leider nicht für alle, unter anderem das iPhone 12 und 13 Mini wird nicht unterstützt und auch das iPhone XR und iPhone 11 und das hat sich leider auch in der 6. Beta nicht geändert, genauso wie das Design. Einige hatten ja gehofft, dass Apple das Design nochmal ein bisschen ändert, denn wie ihr seht, aktuell haben wir hier 57% und im Grunde genommen ist der Akku immer noch komplett voll, zumindest visuell und da haben auf jeden Fall einige gehofft, dass Apple da etwas nachbessert, das ist allerdings in der 6. Beta nicht passiert. Eine kleine Änderung innerhalb der Batterieeinstellung haben wir aber mit iOS 16 Beta 6 und zwar können wir jetzt hier die Batterieladung im Prozent und den Stromsparmodus unabhängig voneinander ein- und ausschalten, das heißt wir können es beides zusammen hier natürlich aktivieren, wir können aber auch den Stromsparmodus ganz einfach aktivieren und gleichzeitig wird hier oben nicht mehr die aktuelle Akkulaufzeit im Prozent angezeigt. Mit der vorigen Beta war das so ein bisschen aneinander gekoppelt, wenn der Stromsparmodus aktiv war, dann wurde auch automatisch angezeigt, wie viel Prozent noch im iPhone vorhanden sind und so weiter, also da gab es so eine Kopplung, dass das Ganze aneinander bedingt hat und das ist hier jetzt in der aktuellen Version nicht mehr der Fall, das heißt wir können das hier jetzt unabhängig voneinander aktivieren oder deaktivieren. Dafür gibt es mit iOS 16 Beta 6 aber sehr viele Fehlerbehebungen, unter anderem im Lockscreen und zwar gab es hier immer Probleme, dass der Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang hier oben nicht korrekt dargestellt wird und das hat sich jetzt hier geändert, jetzt gibt es hier auch wieder eine aktualisierte Zeit, wann die Sonne auf- bzw. untergehen soll. Insgesamt scheint Apple mit diesem Update eher optimieren zu wollen, einige Fehler zu beheben und das System nach und nach zu finalisieren, denn wie gesagt, allzu lange dauert es nicht mehr, bis Apple auf der Keynote iOS 16 noch einmal anspricht und natürlich das iPhone 14 und die neue Apple Watch vorstellt und dementsprechend ist es durchaus möglich, dass iOS 16 Mitte, Ende September erscheint, also in einigen Wochen und Apple möchte hier jetzt natürlich nicht noch groß irgendetwas ausprobieren, sondern hauptsächlich die Funktionen, die aktuell da sind, noch finalisieren, optimieren und eben kleinere Fehler noch beheben, sodass dann die finale Version zuverlässig funktioniert, wenn sie veröffentlicht wird. Da es in iOS 16 immer weniger Fehler vorhanden sind, kann man ganz gut an den Release Notes sehen und zwar hier natürlich vom Beta 6, wenn wir hier nach unten scrollen, dann sehen wir immer die jeweiligen Fehler und manchmal gibt es auch ein Workaround und häufig dann eben auch eine Fehlerbehebung in der jeweiligen Beta und wenn wir hier mal so ein bisschen nach unten scrollen, dann seht ihr natürlich hier Emoji, dann in der Home App, in der iCloud, diese ganzen Fehler sind Apple bekannt, in Mail, in Maps oder hier zum Beispiel auch in Metal und so weiter und wenn wir hier noch ein bisschen weiter runter scrollen, dann seht ihr, dass das gar nicht mehr allzu viele sind, also es sieht hier jetzt natürlich schon relativ viel aus, aber es waren in vorigen Beta-Versionen viel, viel mehr und hier sind wir dann eben schon bei Beta 5 angekommen, also es gibt nicht mehr allzu viele Apple-bekannte Fehler, die jetzt noch gefixt werden müssen und dementsprechend ist die Version schon ziemlich nah an einer finalen Version dran. Sprechen wir als nächstes noch einmal kurz über das leidige Thema Banking und Beta-Version und auch in diesem Fall wurden zwar mittlerweile einige Updates veröffentlicht, sodass einige Apps wieder funktionieren, aber nicht wirklich zuverlässig, das heißt zum Beispiel die Volksbank-App funktioniert weiterhin nicht in meinem Fall, dafür funktioniert hier aber die TAN-App für die Volksbank, was auf jeden Fall schon mal ganz nett ist, wenn wir hier mal die DKB-App öffnen, dann sehen wir, dass hier die TAN-App nicht funktioniert, dafür aber eben die normale DKB-App, die ich hier eben aufrufen kann und bei der Sparkasse gab es ebenfalls ein Update, auch dort soll die App an sich jetzt funktionieren, aber weiterhin die TAN-App nicht und dementsprechend ist es immer noch nicht wirklich empfehlenswert zu updaten, wenn man zuverlässig mit dem iPhone-Banking betreiben möchte. Ansonsten lief iOS 16 Beta 5 auf jeden Fall schon ziemlich stabil, auch was die Akkulaufzeit angeht, dazu können wir hier einmal in die Batterie reingehen und dann sehen wir hier unter anderem ja die Möglichkeit, die Batterieladung in Prozent anzuzeigen, aber wir sehen hier eben auch unsere Gerätestatistiken und ich bin hier jetzt bei viereinhalb Stunden Bildschirm ein und fünf Stunden Bildschirm aus, also ich denke, das ist auf jeden Fall schon ein Wert, mit dem man ganz gut arbeiten kann, mit Beta 5 und ich denke mit Beta 6 wurde das Ganze nochmal so ein bisschen optimiert, läuft auf jeden Fall schon mittlerweile ziemlich zuverlässig auf dem iPhone 13 Pro, man kommt ohne Probleme gut durch einen Tag, daher ist die Akkulaufzeit auf jeden Fall jetzt schon viel, viel besser geworden, und grundsätzlich läuft iOS 16 aber seit der Beta 5 wirklich sehr stabil, die Performance ist sehr gut, daher auf jeden Fall schon wirklich ein sehr gutes Update, was hoffentlich noch einmal mit iOS 16 Beta 6 noch weiter optimiert wurde. An sich war es das dann aber auch mit den Änderungen und Neuerungen, beziehungsweise eher Optimierungen und Bugfixes in iOS 16 Beta 6, wie ihr seht, da hat sich nicht allzu viel getan, Apple wird jetzt sehr viel noch im Hintergrund und in der Programmierung optimieren, aber nicht mehr allzu viel Offensichtliches ändern, das heißt allzu viele User Interface Änderungen werden wir sehr wahrscheinlich mit den nächsten Beta Versionen nicht mehr sehen, aber ganz wichtig ist natürlich auch, dass das System dann eben zum finalen Release zuverlässig und stabil funktioniert und da ist Apple auf jeden Fall auf einem guten Weg. Wenn ihr aber noch weitere Änderungen und Neuerungen in iOS 16 Beta 6 gefunden habt, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, und vergesst nicht meinen Kanal für weitere ähnliche Videos zu abonnieren und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!